Die erste Redenke des Monats. Schau, da liegt ein Auto. Das Auto liegt hernieder. Alles schon präpariert, lackiert. So schaut das Gestell aus. Kannst du mal schauen. Schön ist es schon. Da sieht man die ganzen Sachen. Unter und unter. Schau. Das ist ein Schau. Das ist ein Schau. Das ist ein Schau.